Hallöchen liebe Leute, wir haben heute den 24. Dezember und somit Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage beginnen für uns alle. Ja und mit diesem kleinen Special-Video möchte ich gerne meine Zuschauer und Abonnenten grüßen. Ich habe hier mal eine kleine Landschaft aufgebaut für euch. Könnt ihr euch ein bisschen anschauen, während ich erzähle. Ja, wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall allen meinen Abonnenten und Zuschauern danken, dass sie mich so fleißig geschaut haben. Mir auch mal einen Kommentar dagelassen haben, einen Daumen hoch oder was auch immer. Aber wie gesagt, am meisten freue ich mich, wenn es euch gefällt, was ich hier tue. Und zwar nicht nur bei Minecraft, sondern auch bei WoW natürlich. Denn das ist ja eigentlich mein Hauptaugenmerk hier bei YouTube. Ja, insbesondere möchte ich auf jeden Fall Anja, Jan und Malte von Mein Generations grüßen, mit denen ich auch ein bisschen Kontakt habe. Und ja, deren Videos ich auch immer ganz gerne anschaue, weil ich da wirklich immer was zu lachen habe. Und es ist immer jede Menge los. Also Leute, wer Lust hat, schaut es euch einfach mal an. Ja, ich würde euch gerne persönlich auch Geschenke überreichen. Also euch allen, euch allen Zuschauern. Und ja, geht leider nicht. Aber das ist hier halt mein Geschenk für euch. Und ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Nämlich, ich wünsche allen eine frohe Weihnachten. Bis dann, liebe Leute. Ciao, ciao.